Hallo und willkommen bei Henriettas Bewegter Schule. Mein Name ist Katja, bei mir sind die Janet und ihre Tochter Finja und heute haben wir euch eine Übung mitgebracht aus der Kategorie Kraft, nämlich die Kniebeugen. Kniebeugen kennt ihr bestimmt alle. Achtet einfach darauf, dass die Füße ungefähr schulterbreit auseinander stehen. Jetzt geht der Po nach unten und damit ihr nicht nach hinten umfallt, die Arme nach vorne. So tief wie es gerade geht und dann wieder hoch. Zehn Stück und los. Eins, zwei, drei. Durchhalten und keiner gibt vor mir auf. Prima, erste Runde geschafft. So, beim zweiten Mal achtet ihr ganz besonders darauf, dass beim runter gehen, wirklich der Po nach hinten geht und nicht die Knie nach vorne. Alle bereit? Komm schon, fünf haben wir. Puh, da wird mir schon ein bisschen warm. Seid ihr bereit für den dritten Durchgang? Ihr wisst ja, das ist der Profi-Durchgang. Diesmal gehen wir in die Knie und halten dort drei Sekunden aus, bevor wir wieder hochgehen. Dafür machen wir aber nur fünf. Achtung und runter. Eins, zwei, drei. Und wieder rauf. Prima. Nächster. Nächster. Und wenn ihr wollt, bleibt einfach zehn Sekunden hier unten in der Hocke. Na? Okay, nicht heute, aber vielleicht morgen. Probiert es doch mal aus und schreibt uns, ob ihr es geschafft habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit Henrietta's bewegter Schule. Tschüss, tschüss.